Hey, hey, Tiger will mit dir jagen. Deine Zähne sind so sexy, muss ich sagen. Hi Leute, das Wetter in Thailand, heute 30 Grad, und morgen ist Wasserfest, die Leute, das ist so heiß, die machen sich morgen andünnen lassen. Sogar wenn der Motorradfahrer vorbeifährt, der kriegt einen auf die Fresse mit Wasser. Italien, 15 Grad, arschkalt. Holland, überfüllt oder Überschwemmung. Die ganzen Holländer verlieren ihren Käse. Deutschland, minus 5 Grad. Paris, 10 Grad. Und hier sind wir bei Mallorca. 27 Grad, total heiß, und die Mädels, sie feiern ohne Ende, Spring Break. Guck mal hier, da wird T-Shirt Contest. Zack. No more, wird T-Shirt. Ja, die Sorge, nein, die andere. Nein, ich mein die. Genau. No more. Guck mal. Guck mal. Guck mal.